Guten Abend, wie ihr seht ist das Video von Little Big Hypno Dancer leider gesperrt und das schon zum 15. Mal. Wie man gut erkennen kann, können die Leute aus Russland, aus Ukraine, Kasachstan, Deutschland, Belarus und aus 248 anderen Ländern das Video leider nicht gucken. Wenn ihr trotzdem dieses Video sehen möchtet, habe ich das Video auf VK hochgeladen, den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend und bleibt gesund. Wir sehen uns. Tschüss.